Wir können ihr Geld nicht zurückgeben. Sehen Sie, es hat hier Ferien. Ein Geld zahlt das andere. Ein Geld zahlt fürs andere. Geld kann ja freigebig sein und sich selber verausgaben. Es ist, was es ist. Es ist Gott. Was wir für sicher hielten, was man uns für sicher verkauft hat, ist es nicht, das ist es nicht, das ist nicht sicher. Wir haben investiert und wir haben nicht das Nichts investiert. Wir haben viel investiert, wir haben alles investiert, was nicht unser Leben war, aber unser Leben einmal werden sollte. In der Pension, im Alter, wir haben in dieses Nichts investiert, das unser Alter sein würde. Ach, hätten, 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 hätten wir uns nicht fürs Alter aufgespart, wenn das Leben erst beginnt, obwohl es bereits abgelaufen ist. Kein Name. Deshalb brauchen Sie neue Papiere. Papiere, die aber auf unseren Namen ausgestellt sind. Doch wir sind es nicht. Aufpassen, wir sind es nicht. Wenn Sie Mist macht, wenn Kleinfie auch Mist macht, dann sammelt man ihn eben in einem Sacklein. Sie haben den Sparschwein klein zertrümmert und alles uns gegeben. Das arme kleine Schwein ist jetzt für uns geschlachtet worden. Das hat sich ausgezahlt. Nichts glauben wir. Für uns hat es sich nicht ausgezahlt. Aber es muss jemanden geben, für den es sich ausgezahlt hat. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020